Da steht ja jetzt, das ist eine andere Edition Independence bei Irmschaum. Denen geht es jetzt nicht. Den kann man dazu buchen, wenn man das möchte. Ja, den kann man natürlich auch bei uns erwerben, klar. Aber das Auto wäre es in weiß. Das in weiß. Ein bisschen andere Felgen. Genau, aber im Prinzip dieses Auto. Anzahl der Türen auch zwei, links und rechts? Bei denen, die wir jetzt angeboten haben, ist es auf der rechten Seite die Tür. Aber man kann natürlich links eine Tür dazu buchen. Also wie man das kennt, die Heckklappe ist genauso? Die ist genauso, genau. Das heißt, die wäre dann zeitgleich auch ein Dach, was ich hätte. Das ist das Mega-Camping-Modul. Das ist von Irmschaum? Das ist von Irmschaum, genau. 39.900 Euro. Einer der beliebtesten und bekanntesten Nutzfahrzeuge Deutschlands. Man sieht sie überall. Kann ich hier eine andere Sitzbank wählen? Vorne geht auch eine 3.000 Euro. Den kompletten Film kostenlos jetzt sehen? Jetzt auf German Television und klicke einfach auf den Link in der Videobeschreibung.